Ein Kollege von uns war ja bei Ihnen, hat sie besucht und der hat erzählt, in der kurzen Zeit, wo er da war, da kam zum Beispiel so eine Gruppe von sieben bis acht jungen Männern mit so Rollkoffern relativ großen und die haben die einfach richtig vollgepackt und sind dann damit irgendwie im Auto wieder weggefahren. Richtig. Das ist aber nicht der Sinn der Sache, oder? Mittlerweile herrschen Verteilungskämpfe in Deutschland, Flüchtlinge gegen ganze Familien und Rentner. Es ist unvorstellbar, was diese Dame aus dem Tafelalltag berichtet. Und das eigentlich Erschreckende ist, dass Nancy Faeser und das Innenministerium mit allen Mitteln versucht haben, die Ausstrahlung dieser Sendung zu verhindern, damit sie eben nicht vor einem Millionenpublikum bloßgestellt wird. Wenn wir was haben, geben wir es ja gerne. Solange wir es können, machen wir es. Aber irgendwann wird es nicht mehr so gehen, diese Menge, die wir geben können, was sie erwarten. Was passiert denn, wenn Sie sagen, wir haben jetzt nichts mehr? Ja. Müssen Sie auch mal die Polizei rufen, um selber... Am Anfang hatten wir Problematik gehabt, weil sehr viele aus dem Balkan gekommen sind. Die wissen ja nicht, wie die Tafel geht. Die dachten, es ist ein Einkaufsladen, wo man einfach mal durchgeht. Unfassbar, welche Zustände hier diese Dame schildert. Da stelle ich mir doch wirklich die Frage, gibt es in den Balkanländern kostenlose Supermärkte? Oder warum kommen die nach Deutschland mit der Erwartungshaltung, sich hier kostenlos bedienen zu können? Und bevor wir uns jetzt gleich noch weitere Schilderungen dieser Dame anhören, wie die Zustände sogar noch schlimmer sind. Hier noch diese Statistik für Sie. Mittlerweile ist es so, dass jeder Dritte kein deutscher Bürger mehr ist, der hier auf die Tafel zurückgreift. Das bedeutet im Grunde, deutsche Rentner, deutsche Familien gehen leer aus, weil einfach das Angebot mittlerweile nicht mehr reicht. Gerade die Erwartung der Flüchtlinge ist ja da, weil sie auch ganz anders leben als wir. Die ganze andere Art auch, zum Beispiel beim Essen und Trinken, ist es noch ein bisschen anders, kompakter, was wir nicht mehr haben in dem Fall. Wo sind die Unterschiede? Die Unterschiede meistens ist Geflügel, Weißbrot und bestimmte Kohlsorten mögen sie nicht. Das ist Zucchini, Tomaten, die gibt es nicht an Grof. Wir können sie also nicht mehr alle bedienen. Und das ist das Problem, was wir haben. Und da kommt auch der Unmut. Die Erwartungshaltung ist ja auch bei denen auch ziemlich hoch. Was heißt das, die Erwartungshaltung ist hoch? Da haben wir es gerade eben gehört, die Erwartungshaltung ist recht hoch. Also hier werden sogar noch Ansprüche gestellt, wenn man auf kostenlose Lebensmittel zurückgreift. Und wer die Schuld dafür trägt, das wird uns diese Dame auch gleich erzählen. Davor schauen wir uns noch diese Statistik hier an. Seit dem Ukraine-Konflikt hat die Anzahl der Tafelnutzer bei vielen um 50 Prozent zugenommen. Also wie soll das letztendlich überhaupt gestemmt werden, das frage ich mich. Nein, Sie dürfen ja nicht vergessen, wenn Sie zu uns kommen, Sie möchten ja auch ihr Teil. Und Sie möchten auch dann mal versorgt werden, weil man es auch versprochen hat. Wer hat es Ihnen versprochen? Die Bundeskanzlerin oder sagt, kommt, wir helfen euch gerne und wir möchten das auch gerne tun. Aber diese Menge, diese Erwartung, dass man sie versorgen kann, ist nicht mehr gegeben. Es ist nun mal so. Gleich hören wir noch, wie die Flüchtlinge sich sogar untereinander bekämpfen in der Tafel. Aber schauen Sie sich einmal dieses Bild an mit der verantwortlichen Person, die diese gesamte Katastrophe zu verantworten hat. Angela Merkel, die letztendlich Hunderttausende, wenn nicht Millionen Flüchtlinge nach Deutschland gelockt hat. Am Anfang gab es Spannung, das ist ganz klar. Die wissen ja untereinander, die bringen ja die Problematik ja auch mit. Es ist ja nicht so, dass sie dann zu uns kommen. Die wissen das dann auch schon. Die sind gut aneinander vernetzt, das ist auch in der Richtung kein Problem. Gibt es denn Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen von Flüchtlingen? Also machen Sie Beobachtungen, dass die sich auch unterschiedlich dann verhalten gegenüber? Na sicher gibt es Unterschiede, weil die Problematik, was Sie gesagt haben, die bringen Sie auch mit. Ob es aus dem Balkan kommen oder von richtigen Flüchtlingen, ist auch da schon Unterschied. An dieser Stelle stelle ich mir wirklich die Frage und wir werden auch gleich die Antwort hören. Es mag ja gut sein, dass hier die Flüchtlinge sich untereinander auch um die Lebensmittel streiten. Aber was passiert denn mit den ganzen Deutschen, die eben nicht so, ich sag mal, schlagfest sind, die sich nicht so durchsetzen können körperlich? Gehen die dann alle leer aus oder nicht? Das sind wirklich Zustände wie im Wilden Westen hier augenscheinlich in den Tafeln. Der Stärkere gewinnt und ganz viele gehen dadurch leer aus. Sie haben einen Mittwoch eingeführt, wo jetzt eben die Flüchtlinge dann versorgt haben. Genau, richtig, richtig. Auch aus Rücksicht gegenüber denen, die vorher bei Ihnen vor allem da gewesen sind? Auch Rücksicht, das gibt es ja viele Ältere, die auch Angst davor haben. Das sind junge Leute, dynamische Leute, die da sind. Dann haben sie schon ein bisschen Bedenken, wenn die kommen mit 5, 6 oder 20 Mann an, das ist ja auch ganz klar. Und dann stehen die kleinen Bütterchen da oder in Familien mit Kindern, da hat man schon ein bisschen Manschetten. Die kommen mit 5, 6 oder 20 Mann an und dann soll hier eine Familie sich gegen die durchsetzen. Das ist doch vollkommener Blödsinn, was hier gerade eben abgeht in den Tafeln. Meiner Meinung nach sollte sofort ein Ausländerverbot verhängt werden, dass nur noch Deutsche hier sich in den Tafeln bedienen können. Wenn Sie mir hier zustimmen, geben Sie doch mal einen Daumen nach oben. Aber so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen.